Herzlich Willkommen zum zweiten Teil des Mendeley-Einführungskurses. In diesem Kursteil lernen Sie, wie Sie Referenzen sammeln, das heißt aus verschiedenen Quellen, in Ihre Mendeley-Datenbank integrieren. Zum einen können Sie Referenzen manuell neu aufnehmen, Sie können die PDF-Drag-and-Drop-Funktion nutzen, Sie können den Web-Importer nutzen, das Plugin, das Ihnen hilft, aus dem Internet Referenzen einzufügen. Auch ohne Web-Importer können Sie von Literaturdatenbanken Referenzen importieren, z.B. von Web of Science oder Scopus. Und schließlich gibt es auch die Möglichkeit, aus anderen Literaturmanagement-Systemen, wie Zotero, EndNote, Citavi oder anderen, einen Export zu machen, sprich Daten zu exportieren und dann neu in Ihre Datenbank in Mendeley zu importieren. Egal welche Möglichkeit Sie nutzen, es lohnt sich auf jeden Fall eine neue Referenz gleich nach dem Erstellen zu prüfen, denn damit müssen Sie keine Nachkorrekturen durchführen und sparen viel Zeit. Das manuelle Erfassen geht folgendermassen. Sie nutzen den Button Add New und dann Add Entry Manually. Dann öffnet sich ein Fenster, wo Sie verschiedene Angaben machen müssen. Zuerst haben Sie die Möglichkeit, einen Identifier einzugeben. Das kann z.B. der DOI sein, der sogenannte Digital Object Identifier. Wenn Sie einen solchen Identifier haben, kann das System die Referenz automatisch vervollständigen. Ohne diesen automatischen Import von Metadaten füllen Sie einfach die vorgegebenen Felder aus. Zuerst wählen Sie den Reference Type, d.h. die Art der Referenz, die Sie einfügen. Das kann ein Zeitschriftenartikel sein, ein Buchkapitel, ein ganzes Buch oder anderes. Und dieser Typ gibt dann vor, welche Details Mendeley genau erfassen muss, um die Referenz korrekt abzubilden. Häufige Referenztypen sind z.B. der Zeitschriftenartikel, das Buch oder auch das Buchkapitel. Sie sehen hier, dass die Angaben, die Mendeley verlangt für die Eingabe und die das Programm dann auch wiedergibt beim Zitieren, unterschiedlich sind je nach Referenztyp. Deshalb ist es so wichtig, dass Sie gleich von Beginn weg den korrekten Referenztyp erfassen. Weiter geben Sie Titel, Autoren, Journal, Jahr usw. an. Die Eingaben formatieren Sie nicht, Sie verwenden keine Abkürzungen, keine Satz und auch keine Sonderzeichen. All diese Dinge werden dann von Mendeley automatisch hinzugefügt, wenn Sie im Text zitieren. Für internetbasierte Referenzen lohnt es sich, die DOI anzugeben oder die URL. Dann finden Sie die Quelle auch gleich wieder, wenn Sie sie suchen. Und schliesslich, falls Sie Karten erfassen möchten, dann nutzen Sie den Typ unspecified, weil es in Mendeley keinen Referenztyp für Karten gibt. Sie bestätigen dann die Eingabe mit Add Entry unten im Blau. Damit haben Sie die Referenz erfasst. Wenn Sie dann weitere Details aufnehmen möchten, können Sie die Referenz mit einem Klick aktivieren, zum Beispiel Text eingeben. Das sind Stichworte, die Ihnen dann helfen, eine Referenz in Ihrer Datenbank wiederzufinden. Sie können zusätzliche Dokumente anhängen oder die URL angeben. Das manuelle Erfassen ist dann wichtig und nützlich, wenn Sie zum Beispiel einen alten Artikel vorliegen haben, der nicht modern digitalisiert ist, ein Buchkapitel. Und was sich auf jeden Fall lohnt, ist zusätzliche Dokumente wie ein PDF gleich mit anzuhängen, damit Sie dieses mit der Referenz verknüpft verfügbar haben. Ich zeige Ihnen das manuelle Erfassen gleich hier bei mir in der Mendeley Library. Sie nutzen den Button Add New und dann Add Entry manually. Nun öffnet sich das Fenster, wo Sie zuerst den Identifier angeben können, falls Sie einen solchen vorliegen haben. Falls nicht, gehen Sie gleich weiter. Sie wählen den Reference Type, zum Beispiel einen Zeitschriftenartikel. Oder in meinem Fall wähle ich eine Book Section, das heißt ein Buchkapitel. Nun muss ich einen Titel eingeben und kann noch zusätzliche Angaben machen. Ich kann diese auch offen lassen. Mendeley erlaubt mir trotzdem, die Referenz zu erstellen. Mit Add Entry bestätige ich die Eingabe und Sie sehen hier, ich habe die neue Referenz zuoberst eingeführt. Mit einem Klick darauf können Sie nun noch zusätzliche Informationen angeben. Das können Sie auch später zu jedem Zeitpunkt tun. Und was ich hier speziell erwähnen möchte, ist, dass Sie die Möglichkeit haben, die Referenz aus dem sogenannten Mendeley Web-Katalog herauszunehmen. Lassen Sie nämlich das Häkchen hier stehen, hat Mendeley die Möglichkeit, diese Referenz anonym in die Mendeley-Datenbank aufzunehmen. Damit ist sie dann zugänglich für Mendeley und dient den Zwecken dieses Unternehmens. Wenn Sie hier das Häkchen entfernen, dann wird diese Referenz nicht mehr angezeigt im Mendeley-Web-Katalog. Ich muss keine weiteren Dinge tun, ich muss nicht speichern, ich kann die Referenz schliessen und habe sie hier bei mir in der Datenbank. Die PDF-Drag-and-Drop-Funktion ist sehr praktisch, wenn Sie ein PDF vorliegend haben, das Sie direkt so einfügen möchten in Ihre Mendeley-Datenbank. Nehmen wir an, Sie haben ein PDF zugeschickt bekommen oder heruntergeladen aus dem Internet. Dann nehmen Sie dieses PDF, ziehen es in Ihre Library, Sie lassen los und die Referenz wird dort eingefügt. Was passiert hier im Hintergrund? Mendeley liest das PDF und interpretiert die Struktur, damit das Programm die verschiedenen Informationen separat abspeichern kann. Also das Jahr, der Autor, die Autoren, Titel etc. wird separiert und dann entsprechend in die Felder eingetragen. Das müssen Sie also nicht mehr von Hand tun. Es lohnt sich aber auch hier, kontrollieren Sie die Eingaben kurz, damit Sie sehen, ob der Import korrekt funktioniert hat. Ich habe hier ein PDF heruntergeladen, es befindet sich bei mir in den Downloads. Ich öffne diesen Ordner und habe im Hintergrund oder daneben meinen Mendeley Reference Manager Desktop geöffnet. Ich wähle die Datei an, das PDF, klicke darauf, ziehe es rüber und nun sehen Sie, dass sich der Ordner hier blau färbt. Das heißt, diese Ordner ist aktiv. Ich muss jetzt die Referenz nur noch loslassen und sie wird hier eingefügt. Da ist sie auch schon. Ich kann kurz kontrollieren. Stimmen die Angaben. Hat Mendeley die Angaben korrekt gelesen und interpretiert? Wenn ich da rüber scrolle, sieht das doch gut aus. Wunderbar, damit habe ich dieses PDF bereits in meiner Literaturratenbank eingefügt. Ich habe sowohl die bibliographischen Informationen zum Artikel wie auch das PDF natürlich mit eingefügt. Nun möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie den Web Importer nutzen. Zuerst haben Sie den Web Importer als Plugin installiert. Dies haben wir im ersten Teil dieses Videokurses erläutert. Dann haben Sie den Web Importer in Ihrem Browser jederzeit zur Verfügung. Und Sie sehen dies im Browser. Oben in der Leiste finden Sie irgendwo ein Mendeley Symbol, das anzeigt, dass Sie hier Zugriff auf den Web Importer haben. Das Vorgehen ist folgendermassen. Sie suchen zuerst einen Artikel oder auch mehrere in einer Literaturdatenbank online. Sie öffnen dann die Seite mit dem PDF. Das ist oft die Verlagsseite. Wieso die Seite mit dem PDF? Sie möchten ja meistens nicht nur die bibliographischen Informationen importieren, sondern auch den Volltext als PDF. Deshalb klicken Sie sich so weit durch, bis Sie bei der Seite mit dem PDF sind. Dort aktivieren Sie den Web Importer und damit haben Sie dann die Möglichkeit, das PDF und die ganzen bibliographischen Informationen in Ihre Mendeley-Datenbank zu importieren. Die Funktionsweise des Web Importers möchte ich Ihnen hier anhand des Beispiels Web of Science zeigen. Web of Science ist eine große interdisziplinäre Literaturdatenbank, auf die Sie Zugriff haben, wenn Sie sich im Netz der Unibären befinden, zum Beispiel über VPN. Ich habe hier eine Suche durchgeführt zum Thema Klimawandel, Climate Change und befinde mich hier in der Trefferliste. Nun möchte ich eine Referenz auswählen. Auf dieser Seite habe ich Zugriff auf alle bibliographischen Informationen. Das heißt, wenn ich jetzt den Web Importer aktiviere, würde ich eben diese Informationen in meine Mendeley-Datenbank importieren, aber nicht den Volltext. Ich müsste also noch einen Schritt weitergeben zur Seite des Publishers. Hier habe ich Zugang zum PDF. Ich habe Full Access. Das heißt, jetzt ist der Zeitpunkt, um den Web Importer zu aktivieren. Ich wähle aus, wo ich gerne die Referenz einfügen möchte, ob in den Ordner Demo Schulungen, in eine andere Gruppe. Ich kann auch einfach keine Angabe machen, dann wird die Referenz in die oberste Ebene meiner Literaturratenbank eingefügt. Ich lasse es so stehen und klicke auf Hinzufügen. Nun wurde offenbar das PDF und die Referenz in meine Datenbank eingefügt. Ich kann jetzt direkt das PDF in der Bibliothek online anschauen oder zurückgehen in meine Desktop-Version von Mendeley. Hier muss ich noch eine Synchronisation durchführen, damit auch die Daten von der Web-Version hier integriert werden. Die Synchronisation hat stattgefunden und ich sehe nun den Artikel hier eingefügt. Alle bibliografischen Angaben korrekt. Zusätzliche Angaben hier. Das PDF ist mit angehängt. Sie können den Web-Importer natürlich auch bei anderen Webseiten nutzen. Zum Beispiel, wenn Sie im Swiss Discovery ein Buch gefunden haben, das Sie gerne zitieren möchten. Dafür ist der Web-Importer sehr praktisch. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch zeigen, wie Sie Daten ohne den Web-Importer aus dem Internet abgreifen und in Mendeley integrieren können. Auch hier suchen Sie zuerst den Artikel in einer Literaturdatenbank. Sie exportieren dann die Referenz oder auch mehrere Referenzen, indem Sie aktiv in der Literaturdatenbank einen Export generieren. Sie wählen das Format RIS aus und den Inhalt, den Sie gerne exportieren möchten. Damit generieren Sie ein neues File, in diesem Fall ein RIS File, das Sie bei sich lokal abspeichern. Sie öffnen dann Mendeley und fügen die Referenz manuell hinzu, indem Sie über Add New, Import Library und dann das Format auswählen, die Datei anwählen und damit dieses Dokument, das sich vermutlich in Ihren Downloads befindet, importieren. Hier gilt es zu beachten, dass die PDFs nicht automatisch mitgeliefert werden. Sie müssen also noch separat abgespeichert und verknüpft werden. Der grosse Vorteil hingegen ist, dass Sie damit ganz viele Referenzen gleichzeitig importieren können. Das lohnt sich, wenn Sie zum Beispiel eine systematische Suche durchführen. Ich bin also nochmals in Web of Science. Nun wähle ich nicht nur eine Referenz, sondern gleich eine ganze Menge Referenzen. Ich kann das manuell tun oder hier gleich einige dieser Referenzen mit anwählen. Im Moment habe ich 50 Referenzen ausgewählt. Ich nutze jetzt die Exportfunktion der Datenbank. Ich wähle RIS als generelles Format für Literaturdaten. Ich wähle, welche Referenzen ich genau haben möchte. Ob einfach diese 50, die ich angewählt habe, alle auf der Seite oder bis zu 1000 Referenzen gleichzeitig. Ich wähle aus, welche Informationen ich mitspeichern möchte. Ob nur Autortitel, Quelle, auch das Abstract oder den kompletten Datensatz. Und jetzt mache ich einen Export. Nun sehe ich hier, in meinen Downloads wurde die Datei safedrex.ris re-generiert. Ich wechsle nun zu Mendeley. Hier nutze ich wieder die Funktion Add New. Jetzt Import Library und RIS. In meinen Downloads befindet sich die nun heruntergeladene Datei. Ich öffne diese. Die Daten werden hochgeladen in Mendeley. Und wir sehen, ich habe 44 Referenzen neu generiert. Und das System sagt mir auch, dass vier dieser Referenzen bereits in der Bibliothek bestehen. Das heißt, ich habe Duplikate mit eingefügt. Ich könnte diese nun noch genauer ansehen und entscheiden, ob ich diese behalten möchte oder nicht. Die neu hinzugefügten Referenzen befinden sich üblicherweise zuoberst in der Liste. Sie können auch in die Ansicht Recently Added wechseln in diesen Ordner, wo sich immer nur die neuesten hinzugefügten Referenzen befinden. Falls Sie nun aus einem anderen Literaturverwaltungsprogramm Referenzen abgreifen möchten, dann machen Sie das in der genau gleichen Weise. Im Literaturverwaltungsprogramm selbst generieren Sie eine Exportdatei wieder als RIS-Datei. Es kann auch .bip oder .xml sein. Sie speichern diese lokal ab und importieren die Datei wiederum in Mendeley über die Funktion Add New, Import Library und dann über die Auswahl des Dokumentformats. Damit haben Sie die Möglichkeit, jederzeit größere Mengen von Einträgen aus anderen Literaturdatenbanken und Programmen in Mendeley zu importieren. Wir sind damit am Ende des zweiten Teils dieses Literaturverwaltungskurses mit Mendeley. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei Teil 3, wo es dann ums Verwalten der Referenzen mit Mendeley geht, wieder mit dabei sind. Bei Fragen dürfen Sie uns gerne schreiben, anrufen und gerne auch weitere Kurse in Literaturverwaltung besuchen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!